hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu gta5 ich war gerade ein bisschen perplex weil die aufnahme noch nicht gestartet aber jetzt ist alles gut alles gut all right heute leute leute wir werden heute sehr viel zeit miteinander verbringen und ich habe gerade gemerkt dass ich vergessen habe den ton auszuschalten deshalb muss ich kurz mal werden wir den und hier von meiner schokolade unternehmen und mein größter denn heute ist das große ding leute heute ist das verdammte große ding und dazu gehen wir erstmal zu franklin bei der fählen ist wahrscheinlich derjenige der am nächsten dran ist an der mission die müssen wir denke ich mal ein bisschen länger gehen weil ich meine es ist das fucking große ding es ist gar nicht das wird eskalation heute leute und ich freue mich drauf bist du hast du was den 100 tipps für warte 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 verredet was ist das jetzt hat er das umgedreht ja 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 für was brauchst du den tipps jung gucke ich mir gleich im schnitt noch mal an mein freund und dann pausierte okay so wir müssen nämlich hier unter das große ding mein gott ich bin so halb ich bin so halb ich erst mal ein eigenes motorrad umfahrt da weiß man direkt wie gehypt man ist wenn man sein eigenes motorrad umfährt vielleicht kenne ihr das ja selber wenn ihr ein motorrad habt man das wird großartig das wird großartig auf zeiten ja wenn ich aber keine zeit ich werde heute reich nicht dass ich nicht schon reich bin oder wie viel geld hat man sich 100.000 millionär ist er ist schon ein bisschen traurig wer hat das gerade gesagt so das wird so super niemanden überfahren jetzt noch nein es wird jetzt hier niemandem geholfen oder sonst irgendwas gemacht ich möchte einfach nur noch das große ding heute machen 800 meter so knapp jetzt nicht nur verwecken ich muss ich muss in den stripclub habe ich ganz vergessen weil er ja keine hintertür hat wie man wissen müssen wir durch die vordertür gehen da liegt eine pizzagarton die kannst du mal wegschmeißen mein jung ja genau die ich meine ich vanilla unicorn gut sind das einsetzen so i'm fucking ready oh leute es geht los heimt 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 oh man oh man all right trevor pass trevor wischung es ist alles gut okay 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 Okay. Die Logik ist ganz... Shouldn't we hire someone who's, I don't know, capable? I'm here, you can ask me. We need Lester in the air, running comms and managing the link-up with the train. Some Renahood ain't gonna be able to handle logistics, Tee. Renahood, homie? That's funny. Are you ready to do something profoundly stupid? With you, Em, I'd do anything. Oh, how did I say that? All right, man, I'm going through the vault wall. So, when have Shrindle so kurz geschworene Haare? There's your wall, put a hole in it. All right. Ugh. Let's make it kaput. Here we go. Alter, nice. Als ob der jetzt da durchgeht. Als ob der da durchgeht. Alja, genau, reißt halt die ganze Bank ab. Oh, ne, witzel, warte, hast du so kurz geschworene Haare? We're inside the vault! Oh, ne, witzel, warte, hast du so kurz geschworene Haare? Okay, okay. Uno. We got two cages open. Hey, the charge is set. Let's open them up. We got access. Behind me, in the tunnel, in. What's the car? I hold them off. Get the metal where we need it for pickup. Ah, okay. There's something out. Soll ich den anderen rausschieben? Ne. Soll ich irgendwie gar nichts machen. Huh? Wie ein Kuh-Mitglied ist so... Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay, Moment, Moment, Moment. Okay, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ja, ja. Oh, mein Magen, mein Magen hast du da aus. Wurde ich gerade gegessen hab. Ist immer schön. Okay. Okay. So, das kennen wir alles. Ich glaube, ich soll mich um die Typen kümmern. Und nicht da irgendwie Gold sammeln. Okay. Gitter wegsprengen. Alright. Waffe holen. So, du sammelst das jetzt ein, ne? Wow! Wow! Okay, okay. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Alright, alright. Scheiße, das ist irgendwie von der anderen Seite. Okay. Oh Gott, lad schnell danach. Lad schnell danach! Oh Gott! Oh Gott, ich stehe viel zu offen. Ich stehe viel zu offen. Nice! 100 Millionen Dollar! Das ist jetzt erst! Holy shit! Das ist ein motherfucking Witch! Holy crap! 100 Millionen! Oh Gott! Und das ist nicht mehr! Oh mein Gott! Ich bin die nächste mal! Oh nein 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 nein! Komm her! Als ob der da einfach durchrennt ey! Was ist denn los mit dem Jungen? Dann renne ich halt einfach mal durch! Oh ja! Ganz wohl Sprawling! Ich muss mich mal kurz verstecken. Ich muss mir bloß mein Leben ein bisschen... Alright, alright, hammer. Okay, Trevor, ich bin bei dir. 201 Billionen Dollar! Alter! Jesus, motherfucking Rich. Aber so hart. Okay, jetzt Michael wechseln. Oh, Mann, ey. Ist er im Fluchtwagen, oder was? Huh! Ne? Der wird vom Bullen angegriffen. Oh, ich dachte, er fliegt schon. Das wäre ja auch so schön gewesen. Ich bin hinter ihm, mein Freund. Oh, da liegt noch einer. Oh, war da, oder, oder, oder? Oh, right, oh, right, oh, right. Ist da die Stairs. Shit, Chopper. We ain't even got a die-patch! Fuckin' Heli... Damn, you made it! After doing a walk in the Union Depository, man! It was a whole lot less successful than your lick, but we needed to divide attention! Fuck! Übelst viele! Okay, haben wir alle! Captain, bring it down! On the floor! Yeah, nice! Get out of here! It's really good, ey! Oh god, there ain't come there! Here have I actually not seen. Come on, let's go! Oh, no, there ain't look more. Let's go! This way! Let's go! Holy shit, ey! Okay. Was geht hier ab? I mean, klar, wir rauben gerade. Oh, Entschuldigung, Kollege. Wir haben gerade, glaube ich, die größte Bank aller Zeiten aus. I'm on the floor! Another chopper! I'm picking up talk on the Meriwether Channel. They know we hit the UD and they're planning some vigilanteism. The public law enforcement should do it just fine trying to kill us. So tell them not the father! Okay. Was heißt zurück zur Kuh, Alter? Die Kuh ist einfach vorgelaufen. Oh god, die sind oben. Hey, where are you going? We keep off the road! Ja, ja, merke ich, merke ich. Entschuldigung, Kollegen. Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Lepp und hoch. Okay. Okay. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Hey, they have you where! Oh god, wo? Oh god. Oh, boah! Da waren mir gerade ein bisschen zu viele. Und vor allem dann noch der Heli direkt über dir. Oh, bitte, ich starte dich direkt auf der Treppe. Das wäre schön. Oh, thanks god. Das ist echt gut. Der... Ah, der hat keinen. Was sind die denn da? Ah, hinter dem Baum! Guck mal, der hat mal einfach den Baum kaputt gemacht. Da hinten sich noch ein, da hinten sich noch ein. So, da kommen jetzt noch zwei. Ich mach erstmal die Bäume kaputt. Scheiße, auch Pflanzen. Alright, alright. Hab ich, hab ich, hab ich. So, jetzt. Viele Helis. Ich weiß nicht, ob wir das überlegen. Der Trägerger. Alter, Michael hat übelste Action, ey. Da waren die anderen beiden ja gar nichts. Boah, die kommen von hinten. Aber ich will jetzt keinen von meinen Kollegen töten. Aus Versehen. Ja, Kops. Ja, wo? Ja, Kops. Ja, wo? Ja, Kops. Ja, wo? Sollen wir runter, oder was ist los? Hier sind so krass viele Kops. Ich meine, wie gesagt, ich versteh's. Ah, ja, wir gehen ja jetzt ins Parkhaus. Alter, jetzt kommen die mit richtig fetten Bands an, ey. Also nicht der Schuhmarke, sondern... Ich falsch verstehe jetzt. Ihr könnt auch alle reinverrücken. Alle. Weg. 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 Ist da noch einer euer Scheißernst? Okay, easy. Als ob ich jetzt auch noch flüchten muss, ey. Oh Gott, ich auch noch. Kann ich nicht einfach hier im Parkhaus bleiben? Waffen wir das nicht? Schade, wär ja auch so schön gewesen. Ah, schade. Am meisten Angst hab ich auch vor dem Helik. Wir sind gut? 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 Wir sind gut. Wir sind gut? Wir sind gut. Wir sind gut. Es ist nur ein bisschen Heim, Mann! Du kannst es nicht zu tun. Ich darf halt nur nicht aufs Dach, weil da ist nämlich der fucking Heli. Als ob die nicht wissen, dass ich hier drin bin. Als ob die das nicht wissen. Wie dumm sind die denn? Wie gesagt, ich darf nur nicht ganz hoch. Oh, nicht ganz hoch, nicht ganz hoch. Oh, ein bisschen Angst, dass sie jetzt hier gleich kommen. Die sind alle im Parkhaus. Die sind aber nicht auf meiner Etage. Oh Gott, bitte raffen die das nicht. Bitte lass die das nicht raffen. Bitte lass die dumm sein. Da ist die nicht in die vierte Etage. Kommt rein, da kommt rein, da kommt rein. Ich muss das tun, verdammt scheiße. Oh Gott, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein, ich bin hier fest. Komm, die sind doch jetzt an dem Parkhaus, ey Ja! Ja! Oh mein Gott Nur weil die alle zu dumm waren In dem Parkhaus Und schnell zu Trevor wechseln Oh mein Gott, Leute Ich will dir nichts sagen, aber Ich glaube, wir haben es geschafft Mit fucking 200 Eine Millionen Dollar Nein Wenigstens ballert der Lester die ab Lester Wir müssen besser ballern jetzt Sehr gut Komm schon, Lester, da ist noch eine Oh mein Gott Oh Gott, Lester Lester Lester, du musst ihn treffen Komm schon Yes Seth Wir sind durch Gott, ich glaube es nicht Boah Ja, da war knapp Da ist der fucking Zug Hey, I see coming towards the train Set the cargo down and I haul it to the warehouse Package 1 ist down Nice Fähigkeiten der Crew haben sich verbessert Und jetzt noch zum Flughafen Oder beziehungsweise Flugplatz Oh mein Gott, Leute Leute, haben wir etwa gerade das große Ding geschafft Das wäre, das wäre sensationell Das wäre so Unglaublich geil Was für ein Ding, was für ein Job Aber ohne Scheiß Oh 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 Gott sei Dank, ey We are good All right Wow You are one serious fucking buzzkill Hey, look man, I'm gonna get the car up out of here, all right All right Hey, you two, come with me I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it Both of us? Yes, both of you It's been a pleasure working with you You'll get paid when we get the cash But until then I want you to keep it on the down low No new cars No vacations Oh nothing Now come on, sugar Oh fuck Wahnsinn Sinn Das große Ding 201 Millionen Dollar 28 Millionen bekommt der Michael 28 Millionen bekommt der Franklin Trevor bekommt 28 Millionen Lester bekommt 24 Millionen Die Crew bekommt 90 Millionen Aber Das ist mir so scheißegal Das ist großartig Und als nächstes Gibt's in Franklin's House eine Mission Und irgendwie hab ich im Gefühl, dass das die letzte Mission sein wird Aber Leute, wenn das die letzte Mission des Spiels ist, dann ist vielleicht der nächste Part schon der letzte Wow Leute, wenn's euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein Würde mich sehr freuen Wir haben das große Ding geschafft Es war wahnsinnig geil Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Würde mich sehr freuen Ich sage bis dahin Tschüss 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 Tschüss